Hallo, ich wollte was zu meiner Zusammenfassung sagen. Die Zusammenfassung habe ich zwar gemacht, aber die Tonqualität ist sehr schlecht gelungen. Ich werde auch GarageBand nicht wieder benutzen zur Tonaufnahme. Ich mache diese Aufnahme mit Outer City und werde den anderen aber trotzdem hochladen. Ich wollte nur sagen, nicht wundern, die Tonqualität ist sehr, sehr schlecht. Es ist Hallen, man hört das Einatmen, man hört ein Pusten ins Mikro, man sieht es nicht so eng. Ich werde es nicht neu aufnehmen, weil man versteht alles, was man verstehen muss. Ich werde auch lieber mit Outer City wieder aufnehmen und GarageBand zur Seite legen. Die Podcasts mache ich dann auch mit Outer City und dann haben wir auch keine Probleme. Das wollte ich nur loswerden. Danke.